Unerforschter Raum, mitten in Deutschland. Die blauen Tiefen des Sees, seit jeher sagenumwoben. Sie sind der Eingang zu einem gigantischen Höhlensystem. Ein schwer zugänglicher, gefährlicher und rätselhafter Ort, den nur eine Handvoll Menschen bisher betreten haben. Blautop VR eröffnet auch Ihnen die einzigartige Gelegenheit dazu. Mit modernster Technik wurde das Höhlensystem per Fotogrammetrie eingescannt und eins zu eins nachgebaut, sodass Sie mithilfe der virtuellen Realität in Sie eintauchen können. Blautop VR besteht aus drei Teilen, in denen Forschergeist und Mythos aufeinandertreffen. Im virtuellen Rundgang Abenteuer Höhlenwelt erleben Sie die atemberaubende Schönheit des Blauhöhlensystems. Spannende Videos und Audios bieten dabei Informationen über die Höhlenwelt. Im Mystery-Adventure-Game Geheimnis der Lau werden Sie selbst zum Höhlenforscher und begeben sich auf eine Reise voller Gefahren in das rätselhafte Reich der Lau. In der Webdokumentation erfahren Sie mehr über die Hintergründe des Projekts. Tauchen Sie jetzt ein auf der Oculus Go, der HTC Vive und im Web. Nichts ist heller als das Dunkel. Die Höhlenwelt Die Höhlenwelt